Die Tennis Integrity Unit 2 hat drei thailändische Schiedsrichter wegen der Manipulation von Spielen und Wettbetrug lebenslang aus dem Verkehr gezogen. Die Möglichkeiten, Matches als Stuhlschiedsrichter zu manipulieren, sind offenbar auch im Tennis ausreichend groß. Die Tennis Integrity Unit 2 hat jedenfalls drei offizielle mit einem lebenslangen Bann belegt. Die drei Stuhlschiedsrichter, allesamt aus Thailand, bekannten sich zu den Vorwürfen schuldig. Die TU ist eine gemeinsame Initiative der Grand Slam Turniere, des Internationalen Tennisverbandes, ITF, der ATP und der WTA. In einer offiziellen Aussendung erklärte das Gremium, die lebenslangen Sperren treten sofort in Kraft und verbieten den Personen, jemals wieder als offizielle zu fungieren oder Events zu besuchen, die von Dachorganisationen unseres Sports organisiert werden. Werbung 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 Werbung